Ich hoffe mal, Sie kommen noch zum Zuchtturm, das nehme ich an bei den Kran. Das sind zwei Riesentalente. Haben Sie alles gut? Für morgen alles klar, logisch. Ich sehe das schon rumwirbeln auf dem Betzenberg. Hau rein! Tschüssi! Ohliger Junge mit den Kran zusammen, das ist das, das kommt in Mittelfeld beim Haus. Tschüssi!